Mitten im Gefecht geht's auch weiter. Ich werde hier bombardiert. Ganz genau weiß ich noch nicht mal schon wo. Ah, da unten. Alter. Jetzt halt doch deinen Maul, ey. Alter Schwede. Ich hab sie nicht gesehen. Ach, da oben. Ach, da oben. Gut. Gut. Jetzt ist nur noch da eine Kamera, boah, kein gut. Und dann stürzen wir uns auch schon auf die nächste DOP. Erstmal als wir zwei waren. Boah, das war echt ein harter Kampf, ey. Scheiß die Wand an. Und wo kommen denn jetzt schon wieder Schüsse? Ja, das war schon wieder. Klar, das war ja schon wieder Schüsse. Das war ja auch schon wieder Neuer. 5. 5. Brauchft mit Verfilmen. 5. 4. 5. 5. 5. 1. 11. 10. 12. Oh! So... Ich weiß, dass es nicht drin ist. Ich höre den Helikopter. Oh nein. Das springt auch. Boah. Ist der Helikopter schon unten? Alter Schwede. Schnell weg. Ich weiß selbst, dass ich in dem Sperrgebiet bin, Mann. Aber ich bin lieber weg. Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. 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 Schnell, 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 bevor jemand kommt. Problem gelöst, heilige Scheiße. Pasta. Jetzt ist er weiter. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Eierlichste Muttergottes, das war's, nur noch Abton und Säubern und dann bin ich fähig mit den Säuberungen. Nur noch der Viertel kommt dann aber. Oh. So. Ja, ich sollte das jetzt mal ein bisschen praktisch wieder angeben und nicht immer wieder draufhauen, wie sonst. Wo ist nicht jetzt vorne? So. 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 4, 5, 6, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15. Keine Lust. Kann noch sein, oder? Okay, noch kurz. Okay, das ist nicht schön gelaufen. Dann krieg ich wohl, ich krieg immer einen Stromschlag, okay. Naja, bevor wir dann die ganze Folge hier verpämpft haben, gehen wir erstmal nach da. Lass mir den Steve Scherbe offen. Okay, jetzt muss ich wieder noch bewegen. Oh, das geht. So. So. Der nächste ist die Kamera dort. So. So. Und eine Videokamera. So. 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 Fängst du, Herr Kochmann? Du folgst vom Raben. Naja. Und da haben wir die nächste Scherbe. Die macht sich am Ende schon in der Zeit. Oh, Leute. Ich dachte, ich bin tot. Ich denke, ich bin tot. 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 Vielen Dank. Jetzt haben die mir wieder so einen scheiß Rauch vor die Nase gesetzt. So, switch auf Lohenkunst. So, das ist noch ein bisschen. 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 Ja, Vorsicht Katze. So, das ist noch ein bisschen. So, das ist noch ein bisschen. Okay, als nächsten Schritt beende ich die Aufnahme und wir sehen uns vielleicht bei der Säuberung von Uptown. Okay. So, das ist noch ein bisschen.